Es gibt ein weiteres Update zum Thema Payout unter anderem. Schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Spider-Man Drop an. Und außerdem schauen wir uns an, was Funko und eventuell das Viviverse zusammen gemeinsam haben könnten und warum eventuell das Viviverse an dem Tag, wo die Funkos droppen, tatsächlich auch erscheinen könnte. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivio. Wojimi, den wichtigsten Vivien-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall wieder mit einer Menge spannender News mit dabei und einer ganz kurzen Ankündigung. Und zwar nämlich, dass es diese Woche keinen Stream geben wird, denn ich bin sehr, sehr viel geschäftlich gerade unterwegs. Werde aber nächste Woche sehr, sehr viel streamen, da ich auf der New York Comic Con bin und dort euch natürlich auch mitnehmen werde, so viel es geht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort zahlreich auch am Start sein würdet. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Aus Stand tun wir an dieser Stelle mit einem ganz kurzen Update und zwar nämlich zum Thema Payout. Denn hier gab es schon vor zwei, drei Tagen dann direkt an dem Tag, wo ich das letzte Video gemacht habe, die Ankündigung, dass Payout wieder funktioniert. Jetzt soll es wieder irgendwie Probleme geben. Das Team ist aber dran, das Ganze zu fixen. Dementsprechend sollte Payout dann in den nächsten Stunden oder auch in den nächsten Tagen wieder voll funktionsfähig sein. Das nächste Spider-Man Comic steht außerdem vor der Tür und zwar Amazing Spider-Man Hashtag 209 aus dem Jahre 1963. Einmal mit diesen Covern. An dieser Stelle muss man ganz klar sagen, hier wieder wirklich Geschmackssache. Das Ganze wird außerdem am Dienstag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen mit der First Appearance of Kalypso. Und wir haben hier, wie gesagt, diese Cover einmal mit dabei. Natürlich wie immer exklusive Rare wie auch Ultra Rare Cover mit dabei. Ich persönlich finde die Ultra Rare schon mal sehr, sehr, sehr gut. Aber für mich persönlich trotzdem kein Drop, den ich mitnehmen werde, was ich gleich erklären werde. Ansonsten haben wir den Listenpreis von 7 Gems. Natürlich wie immer eine Edition von 7500 Stück und dementsprechend auch hier die Verteilung. Und warum ich den Drop nicht mitnehme, liegt ganz einfach an den Go-Collect-Daten. Denn wenn man sich die mal ganz genau anschaut hier, der 9.8 gerade mal für 220 Dollar. Das ist einfach sehr, sehr wenig. Außerdem gefallen mir die Cover nicht wirklich. Dementsprechend für mich persönlich ist dieser Drop ein Skip. Als nächstes kommen wir zu einem Bericht und zwar nämlich von NFT Plaza. Und hier könnte eventuell ein Hinweis darauf sein, wann das Viviverse wirklich launchen wird. Denn wenn man sich den Artikel mal ganz genauer anschaut und ein bisschen runterscrollen, dann steht hier Vivis Influenced on Priced Collectibles. Und ich habe diesen Part jetzt einfach mal ganz kurz für euch übersetzt. Einfach, dass es einfacher zu verstehen ist. Und zwar steht mir hier, das Sammelerlebnis wird durch den bevorstehenden virtuellen Showroom, das heißt, das Viviverse von Vivi weiter verbessert, der am selben Tag wie der Iron Man Relic eröffnet werden soll. Das heißt, so wie man das jetzt hier interpretieren kann, ist, dass das Viviverse direkt am selben Tag auch wie der Iron Man erscheinen wird, beziehungsweise jedenfalls eine öffentliche Beta starten wird, wo wir dann auch Dinge sehen können und das Ganze nicht mehr hinter verschlossenen Türen stattfindet. Ich persönlich bin da aber momentan sehr, sehr vorsichtig, muss ich euch ganz klar sagen, weil das ist ein Artikel und wer weiß, wo die ihre Quelle wirklich her haben, ob die direkt mit Vivi gequatscht haben und gesagt haben, hey, hier, ihr könnt das benutzen, wir releasen das sozusagen dann auch am selben Tag. Oder ob das einfach nur Spekulation ist, was weiß ich oder irgendwelche komischen Behauptungen. Von daher, ich persönlich warte da erstmal ab, bis das Ganze dann wirklich auch kommt. Und ich werde dich natürlich darüber offen im Laufenden halten, deswegen unbedingt auf jeden Fall Kanal abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Dann bekommst du auf jeden Fall am 18. Oktober auch mit, ob das Viviverse dort wirklich launchen wird oder ob das Ganze einfach nur schlecht recherchiert wurde. Das nächste Artwork steht außerdem vor der Tür und zwar für diese Woche von Marco Ciccetto. Ich kann leider den Namen auch an dieser Stelle nicht wirklich aussprechen. Hier bekommen wir Daredevil Hashtag 30. An dieser Stelle wieder auch ein 1 zu 1 Artwork. Ja, den muss man halt natürlich mögen und auch die 1500 Gems besitzen, die als Mindeststartgebot hier geboten werden müssen. Ist an dieser Stelle aber, würde ich persönlich sagen, jedenfalls mit einer der schlechteren Artworks. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über ein Like von dir unter diesem Video freuen. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen. Bitte, guten Abend. Du bist dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.